Oh, diese Kurven. 6-3. 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 Ich bin wieder ein bisschen still. Ich bin wieder ein bisschen süß. 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 Ich bin nochmore süß. 6-3 6-3 Inzwischen dürfen wir einen relativ großen Vorsprung haben. Ja gut, bei Schwierigkeit 1, naja, kein Wunder. Rechts 3, links 3, links 3, rechts 3. Aber gut, andererseits ist das alles nur ein Spiel. Und wer das realistisch spielen möchte, der kann das gern tun. Wer da Ahnung von hat, sag ich gern immer wieder, ich hab's nicht. Ich will einfach noch meinen Spaß und will ein paar Karrieren fahren. Für euch auf YouTube. Und deswegen ist mir das auch ganz recht, wenn ich da ein bisschen weiter runtergehen kann, um dann ein paar Punkte abzustauben, um dann mir wieder neue Autos kaufen zu können. Im Moment ist mein Köln-Stand nämlich etwas niedrig. Und deswegen, glaube ich, mach ich da auch nichts verkehrt, wenn wir mal ein bisschen, ein klein bisschen tricksen. Man kann ja immer noch gegeneinander Rennen fahren, da kann man sich ja auch wirklich beweisen. Was haltet ihr übrigens davon, oder was würdet ihr davon halten, wenn wir mal tatsächlich, oder wenn ich mal ein YouTube-Video rausbrächte, ein Special, wie ich so ein paar Mal schon getan habe, wo ich mal mit anderen Leuten zusammen gegeneinander fahre. So, erster Platz. Das war eine gute Leistung. Danke. Ich bin vor dem Chaos Magens Ziel. Das ist ja interessant. So. Gehen wir zum nächsten. Ah, jetzt sind wir wieder bei 500. Gehen wir mal hin. So, Rennen. Meine Kraftstoffanlage. Okay. So, den können wir jetzt ändern. Mäh. Ich glaube, den können wir gar nicht mehr weiter ausbauen. Mäh. 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 Ja gut, okay, mehr kann ich eh nicht ändern. Weiter. Zum nächsten Punkt. Der klare Nachmittagshimmel strahlt herab und sorgt für eine hervorragende Sicht. Na, ist das nicht toll? Ist das nicht schön? Das glaube ich. So, ähm, Kraftstoff. So. Ah, das können wir nicht ändern. Okay, die Rennreifen kann ich irgendwie nicht ändern. Ich weiß nicht, wo man das ändern könnte oder ob das überhaupt funktioniert. Dann starten wir mal das Training. An einem sonnigen Tag fährt ihr Auto in die Boxengasse. Oh, geil. Okay. Schließen Sie drei Runden ab. Bonus, absorbieren Sie eine Runde in zwei. U3, A5, 80 und der schneller. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Oh weh, meine Reifen drehen durch. Rechts vier, in rechts eins. Links drei, in rechte Haarnabel, links drei. Ich sag ja, beim normalen Rennen wäre ich schon voll raus, weil ich den Motor total geschrottet hätte. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Rechts eins in linke Haarnabel. Rechts eins in links fünf. Ich glaub, hier muss ich die Reifendings wieder runter drehen. Rechts vier, in rechts eins. Links drei, in rechte Haarnabel lang, links drei. Rechts eins lang. Rechts eins lang. Rechts eins in linke Haarnabel. 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 Nach ordentlicher Ziele abgeschlossen, Training heute starten, Steuerkreuzhextraining beenden, Steuerkreuz rechts, letzter Punkt lädt. Okay. Einfahrt in die Box. Mal sehen, was wir da jetzt rauskriegen. Ja. Ist schon witzig. Ist schon sehr witzig. Ich versuche jetzt einfach mal, dieses schöne Ding so zu fahren, dass wir da einfach gut durchkommen. So. Wir gehen mal weiter hier rüber und machen... 2,5 bar von niedrig nach hoch. 2,6 bar von niedrig nach hoch. 2,5 bar von niedrig nach hoch. Ob wir da nicht... 0 auf 97 km pro Stunde, 5,601 S. 0 auf 161 km pro Stunde. Ich weiß eben nicht, ob der Reifendruck noch ein bisschen zu erhöhen besser wäre, als ihn zu verringern. Das ist leider so ein bisschen mein Problem. Ich will nicht überlegen, wie höher der Reifendruck ist, desto härter sind die Reifen. Und das erhöht aber, glaube ich, dann auch den Abrieb. Anstatt, wenn sie weicher sind, dann drücken sie sich halt eher durch. Vielleicht ist das auf dieser Strecke irgendwie besser. Wir probieren es einfach mal ein bisschen weiter. Wir gehen da mal ein bisschen weiter runter. So, wir versuchen das mal. So, Kraftstoff. Ja, okay, das passt. Dann auf zum Rennen. Wir gehen wieder nach ganz hinten. Und von dort aus starten wir auch wieder nach vorne. Jetzt gucken wir mal, ob wir das so hinkriegen. Jetzt bin ich gespannt. Na, dann wollen wir mal. Na, jetzt bin ich gespannt. Na, 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 na. Okay, Moment. Nein, nicht verlassen. Kann ich? Nein, ich wollte nicht auf die Stoßstange. So, Moment. Ich muss das mal nicht verlassen. Ich muss das mal nicht verlassen. Rennen neu starten. Kann ich jetzt irgendwie vielleicht? Ah ja, sehr gut. Das war also keine gute Idee. Auto tunen. Wir erhöhen das jetzt einfach mal auf 2,9. Und das machen wir auch ein bisschen nach oben. So. Jetzt versuchen wir das Ganze noch mal. Meine Güte hat der durchgedreht. Ich glaube, das war etwas zu wenig Druck. Da muss ich doch etwas weiter hoch gehen. Mal gucken. Jetzt darf es vielleicht sogar besser sein. Jetzt schauen wir mal. Oh, wir sind zu langsam. Das war etwas nicht. Ich gehe jetzt mal. Ich gehe jetzt mal. Ich gehe jetzt mal. Die Storhäuser sind die Storhäuser. Es geht nach und Indian rein. Die Storhäuser sind die Storhäuser sind die Storhäuser. Schild 1, 20. Rechts 1 in links 5. Aufstieg 100 A. Rechts 4 in rechts 1. Links 3 in rechter H-Nabel langt links 3. Rechts 4 in rechter H-Nabel langt links 3. Aber nicht mehr so schlimm wie letztes Mal. Rechts 5 in rechter H-Nabel langt links 3. Rechte Haarlade. Rechte Haarlade. Rechte Haarlade. Rechte Haarlade. Rechte Haarlade. Hey! Rechte Haarlade und Rechte Grün. Spielzeug. Letzte Runde, 1 Sekunden, 45,99 Sekunden. Spielzeug. Rechts 1 Platz. Rechte Haarnadel. Rechts 1 in linker Haarnadel. Rechts 1 in links 5. Rechts 4 in rechts 1. Rechts 3 in rechte Haarnadel. Rechts 3. Spielzeug. Letzte Runde, 1 Sekunden, 50,49 Sekunden. Spielzeug. Spiel 1. Links 1 Platz. Noch 3 Runden. Aha. Aha. Rechte Haarnadel. Rechts 1 in linker Haarnadel. Rechts 1 in links 5. 3 Runden. Rechts 4 in rechts 1. Tim. 6 Runden. X3 in rechter Haarnadel, Land X3. Letzte Runde von 1 Minuten. 47,57 Sekunden. Spät 1. Längst 1, Platz. Rechter Haarnadel. Entschuldigung, ich bin gerade ganz konzentriert. Mehr oder weniger. Rechts 1 in linker Haarnadel. Also wenn wir jetzt öfter auf Schmiedigkeit 1 fahren. Rechts 1 in links 5. Dann könnten wir das Lenken tatsächlich immer nur probieren. Da wäre es nicht noch ein besseres Feeling. Rechts 1. Links 3 in rechter Haarnadel, Land X3. Letzte Runde von 1 Minuten. 45,52 Sekunden. Spät 1. Links 1, Lang. Letzte Runde. Auf geht's. Na dann. Letzte Runde. Rechter Haarnadel. Rauchte Segment. Schmerz. Autos. Segment. 25 AB. Dem Aufstieg. 150 AB. Rechts 1 in linker Haarnadel. Rechts eins in links fünf. Rechts vier in rechts eins. Ich halte mich hier immer irgendwie verkehrt, das ist irgendwie ... Links drei in rechte Haarnadel. Links drei. Oh ja 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 ja. Gut gefahren Veranstaltungsergebnisse Wetter liegt gleich um die Streckentemperatur 16 Grad Celsius mit Ohio Sports Carcouse Sportwagenstrecke Auch Glückwunsch von meinen Kollegen die hier auch gefahren sind Ich weiß, ihr habt das wahrscheinlich schon alles wieder vergessen Aber egal, ich mach's trotzdem Ich grüße immer ganz freundlich Um meinen Teamgeist zu zeigen Rennbelohnung, Platz, erster Fahrerstufe, 205 Fahrererfahrungspunkte, 2.048.650 von 2.050.000 Verdiente Kredits, 30.400 Neuer Kreditsgesamtstand, 189.500 Belohnung freigeschaltet, abgeschlossen Fahrerstufe, 205 erreicht Kredits, 35.000 Rennbelohnungen, A-Taste fortsetzen So, dann war's das Haben wir das nächste Rennen Abgerade und Tuning So Okay, wir gucken mal, ob das Ja, 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 ja Ab Job, Mustang SV, Fahrzeugstufe, 12 So So, wieder mal Training So 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 Untertitelung des ZDF, 2020